Wir freuen uns sehr, berichten zu können, dass Herr Meier nie grundlos weint, dass Herr Meier nie grundlos weint. Wir stellen mit großer Bewunderung fest, dass seine Neugierden nie erlangt, dass seine Neugierden nie erlangt. Seine Sprache ist kurz, inhaltsreich und drückt alles aus. Aber am meisten ist zur Rübe nicht Andhaftigkeit mit dir seinen Namen erträgt. Denn wer heißt schon Herodes Meier?